Ahoi, ihr Lieben! Kann ich eigentlich auch allein eine Kreuzfahrt machen? Klar, überhaupt gar kein Problem. Wenn ich alleine verreisen will, das kann ja verschiedene Gründe haben. Entweder bin ich Single und es fehlt mir eine geeignete andere Begleitung oder ich will vielleicht einfach mal meine Ruhe haben im Urlaub, könnte ja auch sein. Oder aber der Partner oder die Partnerin ist bereits gestorben, ist ja auch möglich. Allein auf Kreuzfahrt, das geht, aber, und das kann ich pauschal schon mal vorweg schicken, es ist wirklich vergleichsweise teuer. Denn es gibt fast nur Doppelkabinen auf den Schiffen und ich zahle am Ende für die zweite Person, die nicht da ist, mehr oder weniger mit. Bei einem Hotel an Land, da ist es ja häufig so, dass ich in einem Doppelzimmer zu zweit oder allein wohnen kann, der Preis ist aber der gleiche, kostet das Zimmer 100 Euro und ich bin zu zweit drin, dann zahlt jeder 50 Euro, umgerechnet bin ich in dem Zimmer alleine, zahlt die einzelne Person ganz einfach das Doppelte, nämlich die vollen 100 Euro. Bei Kreuzfahrten ist es hingegen so, möchte man es positiv ausgedrücken, dass ich als Single oft sogar einen Rabatt bekomme. Kostet eine Woche für zwei Personen für eine Woche 2000 Euro, dann zahlt der Alleinreisende in vielen Fällen jetzt keine 2000 Euro, sondern oft nicht mehr als 1800 Euro zum Beispiel. Die Reederei spart sich ja auch das Essen für die nicht vorhandene zweite Person und die Hafengebühren, deswegen ist es dann ein bisschen günstiger. Ja, will man es negativ sehen und dazu neigen viele Alleinreisende, dann beschwert man sich, dass man nicht etwa 1000 Euro bezahlt für die Einzelbelegung, sondern 1800 Euro, also schlappe 80% Aufschlag. Ist natürlich viel Geld, keine Frage, aber die Reederei hat ja kein Interesse, eine Kabine, die sie für 2000 Euro verkaufen kann, für deutlich weniger als 2000 Euro zu verkaufen, nur weil da jemand allein drin wohnt. Wenn du da jetzt zustimmt nixst und das verstanden hast, dann gehörst du meiner Erfahrung nach zu einer Minderheit der Alleinreisenden, die verstehen, warum sie mehr zahlen müssen, als würden sie zu zweit kommen. Viele sind nämlich nur am Meckern, dabei muss man eigentlich nur eins und eins zusammenzählen. Also relativ einfach. Es ist nicht so, dass Reedereien keine Alleinreisenden mögen, denken ja manche. Aber die Reedereien, die tun halt alles, um die maximalen Einnahmen zu erzielen. Man muss ja auch verstehen, wenn keine zweite Person in der Kabine ist, dann fehlt auch der Umsatz dieser Person an Bord. Eine Reederei möchte ja auch immer noch alles Mögliche verkaufen, in den Shops, Passagen, Ausflüge, je nach Reederei auch Getränke. Und wenn die zweite Person dann fehlt, dann fehlt auch dieser Umsatz der zweiten Person. Und das ist natürlich ganz ungünstig für die Reederei. Wie hoch nun der Aufschlag ist für die Einzelbelegung, das kann wirklich stark variieren. 80% habe ich gesagt im Beispiel, es können nochmal 50% sein oder noch weniger. Und was man sich merken kann, wenn die Reederei generell Probleme hat, bestimmte Reisen zu verkaufen, dann geht man da auch mit dem Zuschlag mal runter. Selbst wenn die Reisen noch buchbar sind, kann es sein, dass die Reedereien keine Einzelbelegung mehr erlauben. Das kommt auch mal vor. Und zwar dann, wenn sie sich sicher sind, die Kabine noch an zwei Gäste verkaufen zu können. Man hat ja Erfahrungswerte und entsprechend kann es dann so sein, dass das Ganze für die Einzelbelegung gesperrt ist. Ja, ihr habt es gemerkt. Das Grundproblem ist also, es gibt fast nur Kabinen für zwei Personen, aber nur fast. Auf einigen wenigen Schiffen, da gibt es auch Einzelkabinen. Sicherlich führend weltweit ist da eine Reederei wie Norwegian Cruise Line. Die haben ihre sogenannten Studiokabinen für Singles. Ja, das sind Innenkabinen, die haben jetzt kein Fenster zum Meer hin, aber alles kann man auch nicht haben, muss man auch sagen. Außerdem gibt es, und das finde ich auch ganz gut, eine Lounge, wo sich dann die Bewohner der Single-Kabinen treffen können. Denn man will ja auch andere Leute kennenlernen. Wie ist es mit den beiden großen deutschsprachigen Anbietern AIDA und mein Schiff? Die haben das Thema Single-Kabinen noch nicht so lange auf dem Zettel. Die gibt es da nur auf den neuesten Schiffen. Es sind aber da dann nur wenige, sodass die meist relativ schnell ausgebucht sind. Und ich glaube, dass es künftig jetzt nicht wirklich deutlich viel mehr Single-Kabinen auf den Schiffen geben wird. Warum? Was aus Sicht der Reederei halt bei diesen Einzelkabinen total unpraktisch ist, die kann ich halt wirklich nur als Einzelkabinen nutzen. Also die Doppelkabine hingegen, die kann ich als Einzelkabine nutzen, die kann ich teilweise für drei oder vier Personen nutzen. Bin da also total flexibel. Ja, und das ist sicherlich auch ein Grund, warum es Einzelkabinen eher selten gibt. Ich bin halt total unflexibel. Wenn ich euch jetzt mal Tipps an die Hand geben soll, dann würde ich sagen, erstens überlegt euch, ob ihr wirklich allein reisen müsst. Single oder verwidmet zu sein, das bedeutet ja nicht, dass man nicht auch noch andere Menschen kennt. Denkt einfach mal nach, wer da noch in Frage käme. Jetzt hat natürlich auch nicht jeder Geld für eine Kreuzfahrt. Und ich finde, da könnte man dann auch als Alleinreisender auf die verrückte Idee kommen und so sagen, Mensch, bevor ich jetzt da allein 80% Aufschlag zahle, dann lade ich für das Geld lieber einen Freund oder eine Freundin auf die Reise ein. Ist ja eigentlich kein völlig absurder Gedanke. Vielleicht möchte der Freund dann auch noch 20% oder so dazu zahlen, je nach den finanziellen Möglichkeiten. Aber ich finde, da kann man doch mal drüber nachdenken. Ich kann jetzt verstehen, wenn ihr sagt, ihr würdet jetzt nicht gerne mit Fremden verreisen wollen. Aber auf Facebook beispielsweise gibt es viele Gruppen, wo Menschen Kabinenteiler suchen. Das ist aber vielleicht eher etwas, was man macht, wenn man noch ein bisschen jünger ist. Zweiter Tipp. Sucht nach Reisen außerhalb der Schulferien. Besonders in den Sommerferien, da könnte es schwer sein, Kabinen zur Alleinbelegung zu finden. Besser dürfte es da im Winter aussehen. Jetzt vielleicht nicht gerade über Weihnachten. Oder generell außerhalb der Schulferien. Dritter Tipp. Seid offen für Reedereien, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Ich verstehe das total. Man hat seine Lieblingsrederei und eigentlich will man mit der unterwegs sein. Da lauern dann aber nicht zwingend die besten Angebote für Alleinreisende. Idealerweise ist man also offen für Angebote, für andere Angebote. Zum Beispiel als Niko Cruises mit der Waschko da Gama gestartet ist, Hochseeschiff. Da gab es dann oft Reisen für Alleinreisende mit nur 15% Zuschlag. Gibt es wohl jetzt noch zum Teil, aber ist natürlich mittlerweile kein Geheimtipp mehr. Viertens freut euch über die Vorteile, die es hat, allein zu reisen. Wenn du in einer normalen Doppelkabine wohnst, dann hast du den ganzen Platz für dich allein. Also quasi doppelt so viel Platz. Das ist doch einfach auch mal ein gewisser Luxus. Und diesen Luxus, so kann man sich das dann selber schön reden, gibt es halt auch nicht umsonst. Wenn du übrigens zur Hälfte der Zuschauer gehörst, die dieses Video ohne Abo schauen, abonniert am besten mal direkt den Kanal, um künftig nichts mehr zu verpassen. Das nur am Rande. Jetzt ist das Buchen der Reisen und der Preis dafür ja so eine Sache. Aber das ist ja nicht alles. Es stellt sich ja auch die Frage, welche Schiffe sind besonders gut für Alleinreisende geeignet? Sind es da eher die kleinen Schiffe oder die großen Schiffe, die auf gar keinen Fall vielleicht, ich sag's mal so. Ein kleineres Schiff hat den Vorteil, dass man vielen immer wieder begegnet und so dann möglicherweise, hängt von einem selber ab, auch wieder ins Gespräch kommt. Bei einem sehr großen Kreuzfahrtschiff, da kann das schon anders sein. Aber auch hier trifft man Gleichgesinnte häufig an den gleichen Orten immer wieder. Man stellt sich mal vor, man ist Raucher. Da trifft man andere Raucher immer wieder in den Raucherbereichen. Oder wer nun gern Volleyball spielt, der trifft dann andere auch immer wieder, die gern Volleyball spielen. Beim Volleyball spielen, logischerweise. Und so weiter. Ja, also auch sehr große Schiffe sind jetzt nicht generell ungeeignet, wenn man andere an Bord kennenlernen will. Ich würde aber eher wohl ein kleineres Schiff in dem Fall empfehlen, wenn man jetzt die Wahl hat. Manchmal ist man ja aber auch von einem Angebot abhängig oder so. Dann stellt sich die Frage nicht so in dem Maße. Ja, nun seid ihr also an Bord. Und da ist dann so die Frage, was kann ich denn tun, um nicht allein zu bleiben? Da habe ich nochmal vier Tipps für euch. Erstens, besucht die Veranstaltung für Alleinreisende. Es gibt auf den meisten Schiffen dann so eine Art Alleinreisendentreff oder so in der Art. Ja, das ist eine gute Gelegenheit, andere kennenzulernen, die eben auch nicht unbedingt allein bleiben wollen. Dann setze dich nach Möglichkeit beim Essen zu anderen an den Tisch. Manchmal kann man den Tisch nicht selber aussuchen. Dann könnte man aber zum Beispiel nach einem Sharing-Table fragen, also einen Tisch zum Teilen, wo man dann mit anderen gemeinsam sitzt. Das ist besonders bei internationalen Redereien eigentlich total üblich. Oder aber es gibt spezielle Tische auch bei manchen Redereien für Alleinreisende. Ja, dann Buffet-Restaurant, das kann man auch mal allein machen. Aber man sollte dann irgendwie ein bisschen was mitnehmen, womit man den Sitzplatz quasi sichert, wenn man dann was zu essen holt. Ja, also zum Beispiel ein Pullover oder eine Jacke auf dem Stuhl. Allein zu sitzen in Bedienungsrestaurants, ich bin da nicht so der Fan. Aber ich weiß von Menschen, die machen dann folgendes, die bringen sich dann was zu lesen mit, lesen da ganz entspannt. Ist halt mit Smartphone ein bisschen blöd, wenn man die ganze Zeit dann nur auf sein Smartphone guckt, finde ich. Dann bucht er die Aktivitätsausflüge, die Aktivausflüge, wie zum Beispiel Fahrradausflüge. Wenn 50 Leute in einem Bus durch die Gegend fahren, ist das jetzt nicht die beste Variante, um andere Leute kennenzulernen. Besser geeignet sind da Aktivausflüge, also Radtouren oder Wanderungen beispielsweise. Da kann man dann eigentlich ganz gut andere Leute kennenlernen. Dann besuche Veranstaltungen, wo du mit anderen ins Gespräch kommst. Ich habe es schon gesagt, Mannschaftssport, Volleyball zum Beispiel. Oder wer es ruhiger mag, Shuffleboard. Bei solchen Aktivitäten kann man natürlich auch gut Leute kennenlernen. Ja, das waren sie, meine Tipps für Alleinreisende. Und wenn ihr mal schauen wollt, was die beiden großen Anbieter in Deutschland gerade so anbieten für Alleinreisende, dann geht mal auf morr.de//singles. Da geht es dann direkt zu den Single-Preisen. Ja, und was mich mal interessieren würde, wenn ihr schon mal alleine auf Kreuzfahrt wart, kann man das gut machen? Oder sagt ihr nie wieder? Ja, also das würde mich interessieren. Also macht's gut ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.